Bauen für die Zukunft mit BREFA. Bei uns ist Ihr Projekt in meisterlichen Händen. Sie stehen selten im Rampenlicht, sind für die Bauunternehmung BREFA aber unabkömmlich. Gemeint sind zum Beispiel Projektentwickler, technische Mitarbeiter und Lageristen. Um Sie ein bisschen näher kennenzulernen, haben wir meine Kollegin Kati Schneider an den Firmensitz in Boringen geschickt. Ja, Kati, wen hast du denn als ersten Gesprächspartner gefunden? Und ich bin jetzt mal auf dem Weg ins Büro von Herrn Winfried Ried. Er ist Leiter der Projektentwicklung hier bei BREFA und ich störe ihn mal kurz bei seiner Arbeit. Hallo Herr Ried. Hallo. Herr Ried, wie lange sind Sie schon bei BREFA und wie kam es überhaupt dazu, dass Sie hier angefangen haben? Ja, bei der Bauunternehmung BREFA bin ich mittlerweile seit über neun Jahren. und ich bin von Haus aus Hotelbetriebswirt und habe mich über 20 Jahre lang mit der Vermarktung von Immobilien, von Grundstücken, von Gaststätten bei Brauereien befasst. Das war mein früherer Tätigkeitsbereich. Im Rahmen dieser Tätigkeit hatte ich im Jahre 2009 den Auftrag, verschiedene Gastronomieimmobilien zu veräußern. Zeitgleich hat Herr BREFA bei uns angefragt und hat Interesse an Immobilien bekundet. So haben wir uns kennengelernt. Das war ein erster Termin bei ihm privat zu Hause. Das war im Jahre 2009. Im zweiten Termin waren wir schon so weit, dass wir ein Immobilienpaket geschnürt haben. Und Herr BREFA hat dann mehrere Immobilien von uns veräußert. Ich hatte von Anfang an schon beim ersten Termin den Eindruck, dass der BREFA eine sehr seriöse, sympathische Persönlichkeit ist, der was bewegen möchte, der immer nur eine Richtung kennt nach vorne. Das hat mir gefallen, das hat mir imponiert. Und das war auch der Grund, weshalb ich das Stellenangebot von meinem BREFA sehr schnell angenommen habe, ohne zu überlegen und habe es bis heute nicht bereut. Und Sie haben ja auch sehr viel hier bewegt. Jetzt erzählen Sie doch mal noch ein bisschen von Ihren Hauptaufgaben hier und jetzt. Die Haupttätigkeit ist die Expansion. Das heißt die Grundstücksentwicklung, Verkauf, Vermietung. Expansion bedeutet Kauf von Grundstücken, Bebauen, Baurecht, anschließend der Verkauf der Immobilien oder auch später die Vermietung für Dritte oder für uns selber, wenn wir die Immobilien Bestand halten. Also viele Aufgaben, die da vor Ihnen liegen immer und Grundstückskauf ist ja im Moment auch nicht so einfach. Völlig richtig, das ist mit die schwierigste Aufgabe, der Grundstückserwerb. Unsere Käufer sind sehr anspruchsvoll. Unsere Käufer wünschen sich ruhige Lagen, wünschen sich Südwestlagen, wünschen sich ein sehr schönes Umfeld. Und das alles in Einklang zu bringen, ist relativ schwierig. Aber das sind die Herausforderungen, die wir gerne annehmen. Dann danke ich Ihnen für das nette Gespräch und dass ich Sie in Ihrer Arbeit stören durfte. Und wir schauen jetzt mal, wie es weitergeht nach dem Grundstückskauf, denn jetzt geht es ja um die Bebauung. Und ich rolle jetzt mal hier an den Arbeitsplatz von Erwin Leuttenmeier. Er hat die technische Leitung hier bei BREFA. Hallo Herr Leuttenmeier. Hallo. Ich würde Sie gerne mal zu Ihren Aufgaben hier bei BREFA fragen. Erzählen Sie mal ein bisschen von Ihrer Arbeit. Also ich überprüfe die Pläne, die vom Architekten reinkommen, ob die auch technisch umsetzbar sind und ob die in unseren Kostenrahmen auch reinpassen. Das heißt, Sie überprüfen auch die Kalkulation? Auch mit, ja. Da muss man schauen, dass es natürlich preislich auch passt, was geplant worden ist. Zeichnen Sie auch selbst noch Baupläne oder überprüfen Sie sie nur? Selten, ab und zu schon noch. Abends mal kommt es schon vor, dass ich mal noch Entwürfe machen muss oder auch mal die ein oder andere Bauingabe mal noch mache, aber selten eigentlich. Also hier im Betrieb gar nicht. Ist es schon immer Ihr Traumberuf gewesen, auf dem Bau auch zu arbeiten? Ja gut, ja es war eigentlich schon immer mein Ziel, sowas zu machen, ja. Und würden Sie jungen Leuten das auch weiterempfehlen, diesen Beruf? Ja sicher, weil er ist sehr flexibel und man kann immer dazulernen und das ist ja auch wichtig. Also selbst in meinem Alter lerne ich jeden Tag wieder was dazu und das ist sehr interessant. Sie haben sozusagen die Aufsicht über diese Baupläne und wir schauen jetzt mal, was mit diesen Bauplänen geschieht. Die Pläne, die von Erwin Leutenmayer und seinem Team gemacht werden, werden dann mit einem Plotter, einem speziellen Drucker, ausgedruckt. Eine, die dafür mitverantwortlich ist, ist Antonia Delmayer. Ihre Aufgabe ist es auch, die Pläne zuzuschneiden und sie, wiederum mit einer Spezialmaschine, da noch richtig zu falten. Die weiteren Aufgaben der künftigen Kauffrau für Büromanagement, Telefonzentrale besetzen, Rechnungen prüfen und erste Ansprechpartnerin für alle Fragen von Kunden und Lieferanten sein. Und noch eine Aufgabe hat die Auszubildende, sie stellt die Übergabeordner zusammen. In diesen Ordnern sind für die Immobilienbesitzer alle Pläne und wichtigen Informationen aufgelistet. Alles, was Breva oder die Partnerunternehmen gebaut haben, kann man hier finden. Und um sicherzustellen, dass das hier beschriebene auch überhaupt gebaut werden kann, gibt es bei Breva ein umfangreiches Lager für Maschinen und Material. Und mit einem der Lageristen dort spricht nun meine Kollegin Kathi Schneider. Ja, viele Zahnrädchen müssen in so einem Bauunternehmen ineinandergreifen, damit es überhaupt läuft. Werkzeuge und Baumaterial wird benötigt, damit man überhaupt bauen kann. Und wir befinden uns jetzt mal hier im Lager bei Breva und einer der Mitarbeiter im Lager ist bei mir, der Christian Karra. Hallo Christian. Hallo. Christian, was sind deine Aufgaben hier im Lager? Das hat ja nicht nur mit Stapeln zu tun, sondern man muss ja auch noch viel mehr machen. Ja, mit dem Großen und Ganzen rufen die Poliere an und sagen, was sie eigentlich benötigen auf der Baustelle. Wir richten das dann alles her und bestellen das, dass die Baustelle praktisch läuft. Und wie groß ist das Lager hier bei euch? Wir haben drei Hallen, die geschlossen sind und einen großen Teil, wo außen noch ist, praktisch der Hauptteil. Und wie ist das eigentlich im Winter? Kann es da auch mal richtig kalt werden hier drin? Ja, kann es schon ziemlich kalt werden, ja. Wie wärmst du dich dann auf? Tee, Kaffee, da findet man schon was, ja. Und wenn jetzt Winter ist, da ist ja sicherlich auch viel mehr Arbeit. Was fällt dann so an? Ja, man muss halt viel Schnee räumen noch dazu und das Zeug ist halt oft vereist auch und das muss man auch wieder ein bisschen frei machen. Also auch gar keine so einfache Arbeit manchmal hier im Lager, oder? Nee, wirklich nicht. Gut, und vom Baustoffen her, habt ihr da ganz viel auf Lager oder wird das eher in der Zeit bestellt oder wenn es benötigt wird oder lagert ihr auch sehr viel? Ja, wir haben schon ziemlich viel auf Lager, weil wir haben ja sehr viele Baustellen und da wird ja viel Material benötigt. Und es sollte ja immer schnell zur Hand sein und das auf der Baustelle wieder schnell vorangeht. Damit der Bau dann auch rechtzeitig fertig wird. Ja, genau. Und wir schauen jetzt mal vom Lager in die Werkstatt. Dort werden die Maschinen instand gehalten und repariert. Also gehen wir mal rüber. Die Werkstatt von Prefa in Worringen. Hier arbeiten die Kraftfahrzeugtechnikmeister Stefan Fischer und Oliver Manke. Egal ob die Anhängerbremse defekt ist, eine Flex nicht mehr richtig funktioniert oder ein Bagger gewartet werden muss. Die beiden können fast alles reparieren. Sie sind außerdem dafür zuständig, dass alle Fahrzeuge und Maschinen regelmäßig gewartet und überprüft werden. Selbst schwierige Aufgaben wie das Ausbauen und Reparieren eines Getriebes ist für die beiden Profis in der Werkstatt von Prefa kein Problem. Und wenn es sein muss, dann kommen sie auch schon mal raus an eine Baustelle, um ein Auto oder einen Bagger wieder fit zu machen. Schließlich legt man bei Prefa größten Wert darauf, dass jede Baustelle pünktlich und in höchster Qualität fertiggestellt wird. Genau dafür braucht das Bauunternehmen jeden Einzelnen der Mitarbeiter, egal ob an der Maschine oder im Büro. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bauen für die Zukunft mit Prefa. Bei uns ist Ihr Projekt in meisterlichen Händen.